hier habe ich diesmal was richtig feines es ist von out of the blue zombie safing bank also eine zombie gehirn spardose sieht erstmal die verpackung aus aber das ist ja relativ unwichtig denn wir kommen erst mal zur spardose zum gehirn für zombie fans natürlich muss und das sieht so wundervoll aus ich bin so fasziniert was hat es gekostet hier haben wir es um die 13 euro 13 14 euro ich werde natürlich gucken ob ich es vielleicht hier unten steht nichts drauf open close open nach da okay das ist einfach zu auf jeden fall so sieht das gehirn aus es ist so wunderschön es ist so wirklich wunderschön für mich als zombie freak ist das natürlich überhaupt das ist eine sehr geile deko habe ich mir natürlich auch gleich zwei von mitgenommen weil ich sie so geil fand ja das war auch schon das kurze unboxing von dem zombie gehirn von der zombie gehirn spardose ich werde euch das teil natürlich auch wie immer verlinken unten runter und natürlich wenn ich es finden sollte aber ich denke mal das ist so ein artikel gerade mit diesem zombie hype der gerade herrscht dass dieses gehirn sicherlich irgendwo auf lager sein wird ja das war es schon wieder wie immer ein schnelles video gerade mal zwei minuten ihr könnt mir gerne ein like da lassen meinen kanal abonnieren mir einen kommentar schreiben positives negatives mir egal ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann tschaui